Wie funktioniert die Formel? Wie funktioniert die Formel? Wie funktioniert die Formel? Wie funktioniert die Formel? Also auch der vierte und auch der fünfte und dann der sechste, der siebte, der achte und somit hat man also bewiesen, dass alle Dominosteine umfallen. Übertragen auf die Formel bedeutet das, dass die Formel gültig ist für alle natürlichen Zahlen. Wir werden dieses Verfahren, das man Beweis durch vollständige Induktion nennt, anwenden, um diese Formel zu beweisen. Beweisen wir zuerst, dass diese Formel stimmt für n gleich 1. Links vom Ist-Zeichen haben wir diese Summe von 1 hoch 3 bis 1 hoch 3. Das macht also 1 hoch 3. Und rechts erhalten wir diesen Bruch im Quadrat, indem wir da und da n durch 1 ersetzen. Und diese Gleichheit stimmt dann und genau dann, wenn 1, diese 1, genau dasselbe ist wie 1. Dieser Bruch, das macht 1 mal 2 geteilt durch 2, also 1 im Quadrat, bleibt 1. Die Formel stimmt also dann und genau dann, wenn 1 dasselbe ist wie 1, was offensichtlich ist. Somit ist die Formel für n gleich 1 okay. Wir nehmen jetzt an, dass die Formel stimmt für n gleich k. Wir haben also diese Formel als Hypothese. Wir erhalten diese Formel, indem wir in dieser Formel n da, da und da einfach durch k ersetzen. Wir nehmen also an, dass diese Formel stimmt. Und anhand dieser Annahme werden wir beweisen, dass die Formel ebenfalls stimmt, wenn n k plus 1 ist. Wir werden also beweisen, dass die Summe dieser Würfel genau dasselbe ist wie diese letzte Zahl k plus 1 mal die darauf folgende k plus 1 plus 1 geteilt durch 2 und das Ganze im Quadrat. Diese Summe von diesen k plus 1 sehen wir so an. Wir schauen zuerst die Summe dieser k-Würfel und durch diese Formel wissen wir, die Summe dieser k-Würfel ergibt diesen Bruch im Quadrat. Also können wir diese Summe bis k hoch 3 durch dieses Quadrat ersetzen. Ist gemacht. Jetzt rechnen wir diesen Bruch im Quadrat. Das macht k Quadrat mal k plus 1 Quadrat geteilt durch 4. So. Und dann machen wir diese zwei Brüche gleichnamig. Hier steht k plus 1 hoch 3 geteilt durch 1. Und jetzt multiplizieren wir Zähler und Nenner mit 4. Somit sind diese zwei Brüche gleichnamig und um sie zu addieren, genügt es, diese Zähler zu addieren. In dieser Addition können wir k plus 1 im Quadrat ausklammern. Zwischenklammern bleibt dann k Quadrat, k Quadrat, plus 4 mal k, 4k, plus 4 mal 1, plus 4. Und k Quadrat, plus 4k, plus 4, das ist genau das Quadrat von k plus 2. Und diese Zahl k plus 2 können wir schreiben in diese Form, k plus 1, plus 1. Und somit haben wir unsere Formel vollständig bewiesen. Und dann können wir unsere Formel vollständig bewiesen.